Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zum Let's Play. Portal 2, ne Portal 1, sorry. Wieso sag ich 2? Achso, weil ich, ach, weil ich in der letzten Folge von 2 gesprochen habe, wegen den 2 Dingern hier. Wisst ihr, ich hab dich wieder repariert, alles cool. Geh an. Ich weiß nur nicht, was mit dem zweiten passiert ist. Wir spielen natürlich Portal 1 und ich find's lustig. Ich find's lustig. So, ähm. Aber wo gehen wir jetzt hin? Das ist hier die Frage. Noch weiter hoch? Bissen wir noch weiter hoch? Kann ich einfach irgendwo da hinten hinschießen und sind wir da oben? Na, schön wär's. Ähm, schauen wir uns mal ein bisschen um. Ich vermute mal, ich soll da hoch, oder? Ich glaub, so nehm ich nichts an Geschwindigkeit zu. Gott, mir wird nur schlecht. Aber ich setz jetzt hier einfach den Orangenen hin. Speicher ab. Unter dem blauen. Yay! Oh. Weißt du was, ich muss gar nicht laden. Was versuch ich denn zu laden? Ich komm doch hier jetzt halt hoch. So, ich mach das ganz anders. Ich setze nämlich einfach diesen Punkt da hin. Dann fliege ich auch nicht so hoch. Muss ich nicht ja Angst haben zu sterben. So was? Dann steh ich da halt mehr hin. Meine Güte. Zick mal nicht rum. Nee, so wird's nicht funktionieren. Gut, dann, äh, ja, kannst da bleiben. Dann muss ich doch tiefer springen. Okay. Oh, hier ist das nächste Sprunggrätsel anscheinend. Nee, doch nicht. Ich wollte schon sagen. Moment. Ich weiß genau, was da passiert. Na gut, jetzt bin ich also hier oben, ja? Ich noch höher? Nee, ne? Von was ist das für ein riesen Gebäudekomplex? Was steht da? Defense Logistik Agency. Was? Black Mesa? So, nicht stack? So, nicht stack. Black Mesa ist übrigens, ähm, Halo sag ich schon. Ähm, wie ist das nochmal? Ich hab schon ganz den Namen vergessen. Ähm. Na, sag schnell. Wal, äh, nicht Walwe, nein. Wie hieß der Scheißspiel nochmal? Normalerweise weiß ich das doch. Wie sieht das krass aus hier? Ähm. Na, das Spiel von Walwe. Oh, wie bist denn du? Warte, ich muss vorher den Namen erfahren. Ähm. Half-Life. Half-Life. Tja, da sind sie, herzlichen Glückwunsch. War es das wert? Denn trotz ihrer Gewaltbereitschaft ist ihnen bisher nur eines gelungen, mein Herz zu brechen. Seien sie damit zufrieden und wir hören einfach auf. Wir wissen wohl beide, dass es so nicht laufen wird. Sie wollten es so. Jetzt gibt's eine Überraschung. Überraschung in fünf. Vier. Einen Moment aus Zeit. Das sollte nicht passieren. Sehen Sie, was da aus mir herausfiel? Was ist das? Ich bin überrascht. Das hab ich noch nie gesehen. Na, egal. Das Rätsel löse ich später. Alleine. Denn Sie sind dann tot. Wo gehen Sie damit hin? Ich weiß nicht. Das ist ein Auge. Soll ich die reparieren? Ich würde mich nicht damit abgeben. Ich glaube, wenn Sie das berühren, wird Ihr Leben nur noch schlimmer. Ich will mich ja nicht einmischen, aber Sie sollten das Ding lieber in Ruhe lassen. Das stimmt bitte nicht. Glauben Sie etwa, ich spiele psychologische Spielchen mit Ihnen? Also, jetzt mal im Ernst. Na gut, schön. Berühren Sie es. Heben Sie es auf und stecken Sie es wieder rein. Ja, ist ja gut. Ich bring's weg. Ich bring's weg. Wir wissen beide nicht, was das da ist. Legen Sie es in die Ecke. Ich kümmere mich später drum. Wahrscheinlich ist das ein Behälter für Ausschaltungen. Na los, reiten Sie es doch über Ihr Gesicht. Heiraten Sie das Ding doch, wenn Sie es so sehr lieben. Wollen Sie es heiraten? Ich lasse Sie nicht. Was sagen Sie jetzt? Hab ich Sie belogen? In diesem Zimmer? Ernsthaft, lassen Sie es liegen. Ich lasse es liegen. Hier, da. Es bleibt doch da drauf. Ich meine es ernst. Das verrückte Ding kommt in keinem Testprotokoll vor. Das ist dein Auge, Madame. Das weiß ich doch. Jetzt sehen wir hier keinen Scheiß. Lassen Sie das Ding und stehen Sie still. Was soll ich auch stillstehen? Noch extra wünschen, oder was? Denken Sie. Machen Witze. Haben Sie das Aperture Science Ding, das keiner versteht, in die Aperture Science Intelligenz-Notverbrennungsanlage geworfen? Ja. Das ist ja wohl das blödeste, das je... Oh, wow, wow, wow. Gute Nachrichten. Ich weiß jetzt, was das Ding, das Sie verbrannt haben, war. Es war ein Ethik-Kern, der installiert wurde, nachdem ich das Enrichment Center mit tödlichem Neurotoxin geflutet habe. Er sollte verhindern, dass ich sowas nochmal mache. Also ganz ruhig, während ich die Neurotoxin-Emmeter aufwärme. Oh Gott. Der Kern hatte vielleicht weitere Zuständigkeiten. Ich kann die Turmabwehr nicht abschalten. Naja, wenn Sie meinen Rat möchten, legen Sie sich einfach vor das Geschütz. Das ist weit weniger schmerzhaft als das Neurotoxin. Na gut. Machen Sie einfach weiter mit dem, was Sie da tun. Sie zu töten und Ihnen guten Rat geben, schließt sich nicht aus. Das Geschütz ist das bessere Mittel. Was Sie da verbrannt haben, ist mir nicht wichtig. Das ist nur die katalytische Crack-Anlage. Hat Schuhe. Super. Halt gekriegt, sie hält. Was soll ich denn da jetzt rankommen? Das ist keine Frage. Das ist kein Mut, sondern Mord. Was hab ich Ihnen je getan? Oh, wie süß. Wie süß. Das ist Ihnen ganz gleich schlimm. Da sind die Zahlen drauf. Hähl sie dir das an. Nein, das andere. Oh, was ist mit deinen Beinen? Wo gehen wir hin? Kommst du wieder? Ach, du bist... Haben Sie gehört? Ich sagte, es ist Ihnen gleich. Hören Sie? Schleiß ein Stück fest. Wo gehen wir hin? Oh, was ist hier drin? Du bist so cool. Ab sofort gibt es viel weniger Konversationen und viel mehr Gewalt. Ja, halt du die Klappe, ich will ihm klein zuhören. Nein, das andere. Oh, was ist mit deinen Beinen? Oh. Kommst du wieder? Ich bin wieder da. Wie war das? Sattens. Was war das jetzt? Oh, Sie glauben mir zu Schaden. 2 plus 2 ist 10. Mir geht's bestens. Ich hab Sie bisher überleben lassen, weil ich neugierig war, was Sie wohl tun. Tja, den Teil von mir haben Sie zerstört. Auch wenn ich's noch so sehen möchte, kann ich das Neurotoxin leider nicht mehr tun. Ich möchte noch betonen, dass Sie alle Chancen auf Erfolg hatten. Wie komm ich denn da jetzt hin? Eine große Party mit all Ihren Freunden. Ich habe Ihren Freund, den Begleiter Kubus, eingeladen. Nur konnte er nicht kommen, weil Sie ihn getötet haben. Ihre anderen Freunde konnten auch nicht kommen, weil sie keine anderen Freunde haben. Sie sind wohl sehr unbeliebt. Hier steht's ja auch in Ihrer Personalakte. Sorry, dass ich grad so schlimm bin, aber ich feier das hier grad übel ist. Genau so steht es hier. Ganz formell. Ganz offiziell. Hier steht, wo es uns adoptiert. Das ist ein Punkt. Mit zwei Drittel Tassen Kristallzucker. Apropos nugierig. Das war deine Intelligenz. Neurotoxin. Tödlich. Ich ersticke. Kleiner Scheiß. So. Neurotoxin tödlich nannte, war tödlich, absolut ironisch gemeint. Ich könnte darin baden, es in mein Müsli kippen, mir in die Augen reiben. Ernsthaft, es ist gar nicht tödlich. Für mich. Sie dagegen würden seine Tödlichkeit weit weniger lustig finden. Wer mag den Kuchen, wenn ich weg bin? Sie. Tja, Sie verschwenden Ihre Zeit. Und Sie haben wirklich nicht mehr viel. So, wo landet der jetzt? Mit in der Luft? Ich habe Ihren Gehirnscan mit Back-Aucht, falls Ihnen etwas Schlimmes zustoßen sollte. Holy shit. Das steht direkt wovor. Glauben Sie nicht, hier hören Sie mal. Hallo? Das sind Sie, so blöd klingen Sie. Sie hatten Unrecht bei allem, was Sie je gemacht haben. Und wir auch. Hallo? Sie sind nicht klug, Sie sind kein Forscher, Sie sind kein Doktor, Sie sind nicht mal Vollzeitangestellten. Was haben Sie bloß falsch gemacht? Nein. Scheiße, ich habe nicht wie viel Zeit. Draußen ist nichts mehr. Sie ist einfach so cool drauf. Ich kann nichts dafür. Ich muss von hier aus direkt nach oben. Ich bin grenzenlos und selbst ich weiß nicht genau, was draus los ist. Ich weiß nur, dass nur noch ich zwischen uns und denen stehe oder stand. Wenn Sie nicht ganz schnell einen ganz großen Supercomputer bauen können, ist es hier nicht mehr lange sicher. Gut gemacht. Sarkasmus-Selbsttest abgeschlossen. Lassen Sie es und sterben Sie endlich, oder ich lösche Ihr Backup. Stopp. Okay genug, ich habe es gelöscht. Egal, was jetzt passiert, Sie sind tot. Sie verlegen sich nicht mehr. Okay, das hier ist anscheinend gut. Ich fand Neugier so süß. Wenn Sie nicht mehr, wenn Sie geblieben wären, ist futsch. Ich habe Sie aus dem Arme und Sprecher gelöscht. Ihr ganzes Leben war ein mathematischer Fehler. Ein mathematischer Fehler, den ich jetzt korrigiere. Was Sie da verbrannt haben, ist mir nicht wichtig. Das ist... ...nurhe zu sein, der es in der Welt. Super hingekriegt, Sie hält. Das ist kein Mut, nur ein Wort. Was habe ich Ihnen denn je getan? Und wenn das alles wird, ich schlafen zu tun kann. Wollen Sie nur gut kasten? Ich glaube, sie ist tot. Der geilste Boss-Kampf aller Zeiten. Es tut mir leid, als ich so still war, aber... Ich habe einfach gefeiert. Ich habe einfach die ganze Zeit gefeiert. GLaDOS. Danke für die Partei-Erkurt-Submission-Position. Wieso werde ich weggezogen? Wieso werde ich weggezogen? Wieso werde ich weggezogen? Wieso werde ich weggezogen? Was ist das? Der Kuchen! Und das ist mein Würfel! Wie cool! Oh! Das sind ihre Augen! Oh Gott! Ja, sie scheint auch am lieben zu sein. Ja, kleines Spiel, aber geil. Also, gerade der Bossfight war. Oh, ist das geil. Oh, ist das geil. Es ist schwer, mein eigenes Spiel zu verhindern. Oh, schönes Spiel, Freunde, schönes Spiel. Hat mir echt gefallen. Ich weiß noch nicht, ich weiß nicht, warum ich das nie gespielt habe. Das ist richtig genial. Wir tun, was wir müssen, weil wir können. Für die Gute von allen, die wir in meinem Leben haben, jetzt auch noch so die Kredite auf die richtig geniale Art und Weise. Daher kommt der Song. Ah, ich dachte, das wäre einfach nur so ein Song von, äh, von Portal. Aber das ist, das ist, das ist einfach der Kredite-Song. Das ist so cool. Ich bin nicht sogar wunderschön, ich bin so ehrlich, jetzt bin ich sogar auf Deutsch. Cool. Oh, Freunde, ich hatte den Spaß meines Lebens. Schade, das ist nur so kurzes, aber, äh, selbstverständlich kommt ja, äh, Portal 2 direkt im Anschluss. Von daher freue ich mich schon drauf. Ich freue mich tierisch auf Portal 2. Äh, mal gucken, wie das wird. Ah, ich liebe den Song, Freunde. Ich habe das, glaube ich, mal den ganzen Tag bei mir auf der Arbeit gehört, weil es einfach ein cooler Song ist. Ich mag einfach dieses, diese Roboter-Stimme so ein bisschen. Ist ja so leicht roboterhaft. Ich hoffe, in Teil 2 werden die kleinen Roboter wieder dabei sein. Die fand ich so toll. Das war auch verdammt ein kurzes Spiel. Wie viele Folgen habe ich gemacht? Warte, ich gucke mal kurz nach. Ach, kann ich gar nicht. Ich glaube, 5 Folgen insgesamt. Das ist ja echt, das ist schwach. Aber naja, hoffentlich wird der zweite Teil ein bisschen länger. Und vielleicht sogar noch ein bisschen kniffliger. Da würde ich mich freuen. Und, ja, mal gucken. Ich würde sagen, auf jeden Fall, äh, wer es noch nicht gespielt hat, es lohnt sich auf jeden Fall gut. Und ihr solltet vielleicht ein bisschen warten, bevor ihr dieses Spiel spielt, weil ihr kennt natürlich jetzt alle Rätsel. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch da viel Spaß. Ähm. Ich finde die Song so cool. Zum Schluss denkt sie ja sogar noch, sie ist am Leben. Na gut, Freunde. Ich würde sagen, dann sehen wir uns, ähm, morgen wieder bei einem neuen Projekt, das ihr wahrscheinlich schon kennt. Übrigens, der Kuchen sieht nicht so lecker aus. Haut rein, euer Serum. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017